Man hielt mich für ein Drecksflittchen? Gut, so ein dreckiges Flittchen wie mich hat noch niemand gesehen. Ist alles in Ordnung? Klingt, als hättest du Sex hier drin. Was natürlich nie und nimmer sein kann, da du einen homosexuellen Freund hast, wie ich höre. Er ist aber nicht mein Freund. Hey, das ist nicht verwerflich. Sind alles Gottes Kinder. Ist in Ordnung. Ich war auch mal schwul. Eine Zeit lang. Ist doch nichts dabei. Jeder tut das mal. Ist schon okay. Dad, geh einfach raus, bitte. Alles gut bei dir? Ja. Mach sie fertig. Ich bin dein Sexy Silke. Wrapp mich um, 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 um. Ich bin dein Pussycat licking, um, um, um. Oh, I think I like you. Hey, Anson. Hey. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Mein Name ist ein Anagramm für I love. Was ist ein Anagramm? Schlags nach, mein Großer. Hast du ein Problem? Soll ich dir mein Problem wirklich verraten? Nein, war nur eine rhetorische Frage. Ich will gar nichts von dir wissen, Freundin. Wir sind keine Freundinnen mehr. Nur damit du es weißt, wir sind durch. Oh, verdammt. Und gib mir meinen Pullover zurück. Für den braucht man nämlich Titten. Oh, böse.